ja Herzlich Willkommen zu einem Let's Play zu zu vergotten uns keine Ahnung was es ist, wir gehen das gleich mal gemeinsam das ganze Ding an Ich bin genauso neu wie ihr jetzt gerade und ich würde sagen, ich beginne das ganze mal, wenn ich es richtig lesen kann könnte das hier vielleicht sein, das hier, ich weiß es nicht, drück mal Kontinent, aber nicht, also beginn irgendwas Neues ist das hier ein Akenkreuz, Alter, wie krass ist das denn das ist ja völlig irre, drücken wir mal drauf hier hm, ich habe keine Ahnung worum sie geht jetzt mal sehen, ob jemand das laden ja mal richtig lang und die Musik ist so zu laut ich darf mich ja jetzt schon so das ist ja � fosse das ist ja es ist ja also ich bin sie I found the info you're looking for. The man you seek is located in the old Swastika forest. I can't provide any further information. Travel there on your own responsibility. Great to hear. I'll get in the way immediately. I owe you. I'm using the EU-Shooter-technical phone. I'll see if we can take everything. I'll get the phone. Hello? Can I take a pistol? Oh, I have someone. Aha, I've got the gun. You can't have anything. Ich ranalier erstmal ne Runde. Ich kann die Schrift auch nicht lesen, das ist ja richtig abartig. Diese Gabi scheint wahrscheinlich richtig schlecht zu sein. Woll. Jetzt muss ich das kaputtieren. Die scheiß Musik ausmachen hier oder was? Okay, ich glaube, hier haben wir nichts weiter. Das ist verschlossen, wie schön. Hier geht das auf. Aha. Wenn man nicht ranalieren hier. Cool. Hey, ihr habt da den Müll. Ich will es umkippen. Ich muss das nicht aufheben. E, F, G, G. Nein, C, V, Y. Nein, alles geht nicht. Also geht es vielleicht nicht. Oh, ein feuerischer. Das ist ja auch dunkel, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist mal gekommen, was. Okay, das ist verschlossen. So, wo müssen wir denn jetzt hin dazu? Wo müssen wir denn jetzt raus? Auch verschlossen. Oh, hier geht es raus. Verdammt. Oder? Nein. Oh, hier war ich ja schon. Das sieht man ja auch, oder? Was ist das hier? Da stecke ich gerade im Schrank fest. Leul. Gibt es ja gar nicht. Ich stecke im Schrank fest. So. Mal gucken, hier wurden ausgemacht. Das ist verschlossen. Oh, hier geht ein Trapp runter. Sehr gut. Gehen wir mal den Trapp runter hier. Das wäre begrüßt auch hier. Hallo. Jemand da? Räum auf hier. Oh. Hallo. Das ist hier ein Scheiß. So, Kumpel. Was ist denn los hier? Was ist los? Hallo. Du brauchst doch nicht traurig sein. Du bist doch schon fast fertig. Reingeschnappte Leberwurst. So. Aha. In den Straßen stehen sogar Menschen. Irre. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, wir sind jetzt glaube ich da außen. Oh, wir sind jetzt glaube ich da außen. Okay, wir sind da ein Stein. Wie ist das hier? Krass. Ja. Okay, wie lange das dauert. Oh, ich ziehe hier, jetzt geht ja noch was los. Oh, ich fahre mit dem Taxi oder was? Oh, aber kann es nicht nur springen. Der braucht doch mit 30 Kameras. Oh, ich ziehe hier. Oh, ich ziehe hier. Oh, ich ziehe hier. Ich wusste es, glaube ich, mal ein bisschen mehr da kommen, das geht so nicht. Oh, das ist richtig so gut, Johan. Was soll ich denn jetzt auch machen, was soll ich denn jetzt aussehen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich bin das nächste Mal da. Oh, sehr gut. Was ist das? Was ist das? Kann ich mich denn dukeln? Ach so, das ist schon gut. Ah, ja. Strange, was wir sagen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, das wollte ich nicht. Was ist das? 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 Einmal. Einmal. Meine Brüche. Halt damit. Halt damit. Halt. 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 Kann ich die jetzt mitnehmen, ohne dass ich jetzt hier... Ich kann es nicht mehr sehen, oder? Jetzt fällt mir gerade auf. Kann ich sogar nicht mehr sehen. Kann ich da einfach mal annehmen. Wie hab ich jetzt besser gemacht? Okay. Äh, ich will was anderes. Ich will mein Licht. Licht. Ah, okay, jetzt ist es nicht mehr. Ich hoffe, er hat jetzt hinter das Hecke geschmissen. Kann man was geben wir da oben? Ja, da sind die Probleme durchzukommen. Mein Gott, ja. Das hat sich an, als wenn hier in der Land läuft, ey. Ich weiß doch was. Oh, wie er nicht durchlaufen kann. Ich weiß doch was. Ich weiß nicht, wie er es ist. Ach, ich will es dir. Ach, ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht. Ich stecke fest. Kann ich noch durchkriechen irgendwie. So, wenn der kriecht. Böser wie komm ich nicht mehr. Was ist denn das für die Scheiße? Boah, da könnte ich los machen. Ah, springen dabei. Er hat es über diesen kleinen Hügel nicht geschafft. Ich bin gelöst. 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 Darn, ich bin. Was ist hier? Das ist wirklich gut. Bessens Haus ist das rot. Auf jeden Fall muss ich mal aufrufen. Oh Gott, da läuft schon wieder hin. Aber wir nehmen lieber mal die Pistole rein, weil ich weiß ja nicht was hier kommt. So, kurz vergesen. Ach se, das wär gut. Schleifst du mal. So, das war's hier schon, oder was? Die Wäscher, ich glaub das ist wirklich besser aus hier. Ich bin leid, dass ich ihn aufgeräumt habe. Ähm, ich hätte es nicht voll aufgeräumt. Ist klar. Jetzt wird die Ruhe durch. So, auf den Weg. Aufmachen. Genau, mein eigenes Haus ist die Tür verschlossen. Ich hab' gekloppt. Hm. Okay, das ist doch wohl echt. Engine. Läuft. Läuft. Jetzt. Gibt's ja nicht hier so. Okay. Ja. Komm. Das ist offen. Es ist offen jetzt. Jetzt ist es offen. Ach se. Ja. Ich hab' die Ruhe, ich hab' die Ruhe, ich hab' die Ruhe. Ich hab' die Ruhe. Ich hab' die Ruhe. Ich hab' die Ruhe. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh So, hab ich das nicht, was wir immer so übersehen haben. Irgendwas, was ich übersehen kann. Wenn dann mal hier irgendwie diese Tür rausgehen. So. Irgendwas. So. 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 Is there a little one down? Das war's. Oh, ich hab das Börgenfach. Ich hab das Börgenfach. Schuhe platz hier. Vor allem, wer macht den Lager vor allem, wie gerne das da? T 27080pk Wundervähls 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 Het ging AC, l trouve dessus du tiefer. ja leute ich muss erst mal gucken wie ich hier weiterkomme ich tue euch das jetzt nicht an wenn ich es geschafft habe wieder dabei ich sag erst mal bis später bis zur nächsten Folge bis der Entschüss